damn mit ist ja team chat weil ihr muss erst mal heil nach hause kommen willkommen zurück zu einer weiteren folge skitek sorry hallo ja hallo ihr hört schon wer dabei ist der knecht also wir haben ja letzte folge wer es nicht gesehen hat zwei wundervolle solarpanels gebaut mit einem output von einem eu und storage von zwei also läuft ich würde auch sagen wir machen die kabel einfach hinten raus hast du kabel kann man einfach die koppelkabel oder einfach die unisolierte warte 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 bau noch eine badbox badbox ach ja stimmt da brauchen wir schon drei batterien oder so was ja drei batterien ein kabel und mod ach scheiße ich habe jetzt badbox geschrieben ach so eine schlechte box ja genau holz ein insolated tin cable hab ich wir brauchen im grunde nur die drei batterien immer da brauche ich allerdings noch insolated tin cable ok 10 habe ich ich mache das mal zu platten eben weißt du was ich jetzt mal ganz kurz mache nein ich gehe jetzt mal kurz fahren warte ich weiß nicht einfach mal fahren so ne ich glaube das war jetzt dumm was ich gemacht habe weil ich glaube für diese kabel brauche ich an er war gut war gut war gut wir hatten übrigens mal die ja ja hatten wir aber du bist gestorben habe habe ich so ein gefühl ich weiß nicht mehr ganz genau habe ich zweieinhalb stick poste haben aber aber er kloster und wieder warum weil sie nicht ist ja schon im dinge nieder fragt man nach klar wir brauchen das jetzt wir brauchen das jetzt sofort sagt ihm das war dann nur acht nein quatsch wir sind ja ein team wir ja dann können wir doch ein jetpack bauen oder nicht oder nicht ja klar wenn wenn sie wenn die haben ich sehe gerade meinen mein hammer ist kaputt das ist aber ärgerlich wie meistern vor drama iron ingot und zwei sticks oh nein das soll jetzt scheiße aber aber kein iron ingot mehr warum ist das alles zusammengeschrieben weil du so geil bist törtel hast du dich jetzt eigentlich mal schlau gemacht zwischen den folgen wegen der törtel damit ist ja team chat weil ihr muss erst mal ein nach hause kommen wir brauchen einen für den hammer und ohne hammer keine batterien aber hier war doch gerade irgendwo ein vorkommen ich gehe mal hier rein in den berg und an der misst hat er mitgenommen das war das problem ich habe dort vorkommen mitgenommen wo peter ja du kannst dir gar nicht vorstellen wie unglaublich viel ich gerade sehe war das ironisch ne ne ich bin immer ernst tonernst bin ich warum siehst du nix war das ironisch ja weil ich keine fackeln habe so copper ohr essential ohr ich will kein copper ich will copper ohr copper 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 ohr ich will iron 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 ore iron nein jetzt habe ich kohle was ist das dias ich will auch keine dias ach komm nehm ich mit hä hast du dias ah wat really oh mein nehm der teils voll dann schmeiß er weg ja dann schmeißt du dias weg ich hab dias ist wirklich dias na klar was ist los wir dann hä dann können wir uns ein chairpack bauen und zwar das nur mehr dias vier vier dias wieviel brauchen wir denn das hier wollte ich glaube ich bauen ne bleedstone bäm aber ich will keine dias haben ich will doch keine dias haben ich fall jetzt aber bestimmt runter mit meinem ich hab das ganze inventar mit ganz geilen sachen voll krass ob hast du in dem dungeon hier schon oh jo da ist ausgeleuchtet canola seeds ok unten ist bedrock lolo roffel juli oh mann ich find trotzdem nichts deprimiert mich ich lass den anderen scheiß jetzt ab hier hängen weil ich bin jetzt momentan echt auf eisen aus weil ich gerne diese diese badbox bauen will und dann die kabel aber ich find nur copper mann ich bin gar nichts sei froh copper und dias wer will denn scheiß was das essential ore zum findest du das wo bist du denn äh meine spitzsack ist kaputt aber ich hab jetzt eine andere in der hand äh hä hää hää gemacht. Cool. Ich geh jetzt einfach wieder weiter fahren. Es juckt mich nicht. Ja, Farmen gehört halt dazu, weil wir brauchen halt diese Materialien. Was brauchen wir denn für diese Jetpacks im Grunde? Ey, es gibt verschiedene. Es gibt mehrere. Ja, aber die, die für Dias sind, weißt du? So. Bei Butterways war das. Das hier, glaub ich. Fire-Infused Stone? Ähm, Redstone Jetpack. Okay, lass machen. Dafür brauchen wir ein Dias. Äh, zwei Dias. Ich hab vier. Okay. Dann brauchen wir aber noch Invar. Ja, das haben wir auch. Redstone Energy. Das können wir eigentlich auch machen, glaub ich. Äh, warte. React Dynamo. Da brauchen wir Bronze. Ja, eigentlich können wir das machen. Das ist nur ein bisschen aufwendig, das Ding halt. Aber ist ja geil, oder? Ja. Lapis Lazuli-Ohr. Oh, Eisen! Komm mal runter, Mann. Was ist denn los mit dir? Boah, ich hab gerade eine Rohstofföle gefunden. Du findest immer cooles Zeug, weißt du? Ich denke, mir schon so, ja, guck lieber bei Debitor, bei mir ist das langweilig. Ich farm nur. Und dann ist das bei dem viel geiler, obwohl er auch nur farmt. Ja, aber ich find halt voll die Sachen. Oder ich mein immer nur, ich find voll die Sachen. Aber wirklich, ja, find ich gar nichts. Ich hab eine Höhle gefunden. Ja, ich auch. Da bin ich gerade drin. Und in dieser wunderschönen Höhle kann man an jeder Wand Unmengen an Erze sehen. Okay, Höhle ist aus. Hä? Du bist über mir. Über dir? Nö. Nö. Ja, schräg. Nö. Silver or... Also ich mach jetzt auf jeden Fall den Hammer und mach dann die Badbox fertig. Machst du dann eben die Jetpacks oder sagst mir, warte, dafür brauchst, dann mach ich die mal eben fix. Ähm, wir brauchen, warte, Electrum Ingot. Und dafür brauchen wir Oh, fuck. Ähm, Silber und Gold. Also Silber und Gold mitnehmen. Wenn ich das finde, ist doch... Viel? Weil ich bin gerade an Watt vorbeigelaufen und hab's einfach liegen lassen. Ja, nimm mit. Silver! DJ Quicksilver. Hier, Silber. Enderz wieder, weißt du? Enderz. Ja, das weiß wahrscheinlich nur der Ersteller hier, wofür das ist. Moral. Ach, hi. Wo ist er? Machst du da unten schon? Wo ist er? Ja, hier ist eine Menge, was hier hängt. Also ich hab viel hängen lassen, einfach. Nee, guck mal. Das brauchen wir für ME. Achso, na, will ich ja gar nicht. Nimm dann ruhig. Ach, nee, das will ich ja gar nicht. Das will ich auch nicht, Nicke. Weiß ich nicht, was das ist. Will ich auch nicht. Okay, ich geh mal zurück und baue die Badbox. Mach mal. Badbox, Badbox. What you gonna do? What you gonna... Okay, mach mal lieber auf. Warte, ich hab nicht Idee. Aber du bist fast rausgesprungen. Ich will den euch gar nicht töten. Hast du den Enderman angehauen, Mann? Hm. Achso, Advanced Genetics gibt's hier gar nicht. Was wolltest du denn machen? ME? Nee, Advanced Genetics. Aber warum sagen die dem Fledermausg, die sind verboten, wenn es die Mord hier gar nicht gibt? Oh, da ist wohl ein Fehler im System. Hätt ich jetzt getippt, Mann. Ja, würde ich auch sagen. Cole. Hä? Bin ich denn hier? Ach, hier. Warum kann ich die Cole nicht da draufstecken? Ach, geht ja noch gar nicht mit Schiff. WTF, Mann. WTF, Mann. WTF, Mann. WT... Okay. Äh, Iron, Iron. Wie viel Iron brauche ich nochmal? Ich brauche noch zwei Sticks. Rubberwood. Wir sind auch nochmal zwei Iron, René. Echt? Jo. Okay, hätte nicht gereicht. Äh, nicht zwei. Mehr als sieben oder so, glaube ich. Vier. Ach, scheiße. Da hätte ich gar nicht losgemusst. Obwohl, das ist ja gut. Ich habe Dias gefunden. Läuft bei mir, Dias. Warte, gib mir die Dias. Warum? Äh, Mining Turtle. Du fällst wieder hin. Was willst du damit? Du bist ihnen gefallen. Willst du mich verarschen? Ja. Ja, nimm doch. Ich nehm dir mal selber auf. Hä? Wie, du hast die schon? Ja, hab ich schon. Du hast die Dias schon aufgehoben? Ja. Nein, weil ich hab hier noch vier. Krass, jetzt haben wir acht. Lava nicht. Nein. Weißt du, verarscht der mich. Verarscht der Junge mich. Ich hab gedacht, das ist doch die Turtle, Mann. Jetzt nehm ich irgendeinen Kack raus. Tinplatten hab ich. Oh, Peter, es geht. Peter. Peter. Oh, ich bin so dumm, Mann. Hab ich die nicht benannt. Damit die Programmierung immer rausgeht. Was ist denn los? Warte mal kurz. Ich brauch zwei auf jeder Seite. Drei Batterien, zwölf. Das heißt, ich brauch noch vier. Vier Tinplatten. Den war da rüber. Zack, Hammer rausgeholt. Da ist er. Zehn Platten darüber. Jetzt mach mal die mal hier rein. Zack, vier Stück. Oben das Kabel hin. Auch vier Stück. Was hat's so? Ah, jetzt hab ich vier Batterien. Was soll es? Egal. Ich nehm nur drei raus. Den Rest pack ich wieder mal in den Inventar rein. Drei Batterien. Äh. Holz brauche ich noch. Noch vier Holz brauche ich. Vier, 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 vier. Wie macht man das denn nochmal? Ich check doch nicht mehr. Jungle Vault. Ach so, mit der Turtle? Ja, die Commands. Weißt du das noch? Ne, Skate ist da der prädestinierte Typ für. Ist der noch online? Ja, ich kann das eigentlich. Aber irgendwie, ich muss mich da jetzt so reinfinden. Kein Problem. Weil da würde ich das nicht sagen. Im anderen Team. Doch, würde er. Help. Ähm. Wie verbinde ich die mit ganz normalen... ...unisolierten Kabeln? Reicht, ne? Weil da steht ja 128 EU drauf. Oder? Ja. Program. No help available. Krass. Heft. Ähm. So, es gibt er doch an der Batterie. Warte mal, kann ich mich hinlegen? Kann ich schlafen? Ja. Programming. Oh, krass. Ist noch sleeping. Eins und sieben. Nice. Ich glaube, das reicht nicht. Oh, wird doch gerade hell, oder? Ne. Ähm. Aber der Himmel ist echt geil bei dem Texto-Package. Power Level 4. Da kann man eine Rüstung reinmachen in der Bedbox jetzt? Ah. Do you know what I mean? Ähm. Dick. Was? Tunnel, ist das doch, oder? Schwanz? Heil Gott, dick gesagt. Ich weiß es wieder. Ich denke, viel zu kompliziert. Yay, turtle is gonna mine now. Ach so, du hast ja eine Spitzhacke gegeben. Mhm. Ach so, Mann. Was machst du denn da? Tut man's nicht mit? Boah krass, guck mal, 4 EU. Heftig. Ja, ist ja noch dunkel. Geht gleich richtig ab. Jetzt können wir hier zwei, zwei Etagen Kabel machen können wir hier. Weil ich, meine Idee war eigentlich, wenn die Turtle, ähm, die baut ja Steine unter sich. Ja. Und dann könntest du einfach eine Turtle zu der anderen Insel rüberfahren lassen und die eine Brücke bauen, weißt du? Ja klar, so könntest du die vertörteln alles. Genau. Und das war meine Idee. Ah, I know what you mean. Mhm. I know what you mean, man. Schließ mal. Eiko, gar nicht so blöd, wie ihr immer denkt. Ich hab mich so ein bisschen Angst. Ich glaub, ich lass es einfach. Ich hab mal was gefunden. Was denn? Koffer. Dein Gehirn. Ich fand das jetzt schon ein bisschen gemein von dir, Peter. So, warte mal. Der Electric Furnace ist drin. Was brauchen wir denn noch dafür? Macerator. Haben wir den Macerator schon? Nee. Okay, man. Dann wird gemacer rated. Ja, stimmt. Wenn man mit den Teams zusammentun würde, wäre es eigentlich interessanter, ne? Mhm. Müssen wir vielleicht mal überlegen. Nicht immer auf Ego zu spielen. Team Gelb. Was machst du? Team Gelb, habt ihr schon Maschinen? Hat das im Team Chat zu schreiben? Nee, das ist scheiße. Da ist ja alles zusammen. Ja, das du. Können die nicht lesen. Ja, dann antworte mir doch. Im Team Chat, Mann. Was ist denn los mit denen? So. Silver. Aber ich hoffe, du rennst mit den Diamanten jetzt hier nicht rum, ne? Doch, mit dem Eim. Achso, die Anna ist schon verballert, oder was? Ja, klar. Wie sie kostet denn den Spitzsack? Gedenk mal ganz scharf. Krass, das haben wir auch schon. Wir müssen uns echt mal zusammentun, glaube ich. Gold. Gib mir das. Tadaa. So. Aber den Macerator kann ich mehr im Bauen. Macerator, Macerator. Glaubst du, traust du dir das zu, Peter? Flint. Lol. Traust du dir das zu? Ja, könnte klappen. Okay. Könnte klappen. Obwohl Iron, hier ist auch noch Iron drin. Geil. Ich will jetzt nicht zu viel von dir fordern, ne? Oh. Hab Iron gefunden. Ganz viel. Iron. Basic Circuit. Electric Circuit. Dann mach ich nochmal den mit Iron Plate und Copper Cables. Iron Plate. Iron Plate. Irgendwann hab ich den mal reingetan. Warte mal, das brauch ich. Nein, ich brauch einen Flint. Da haben wir noch welche. Copper Cable haben wir da. Da haben wir noch Copper. Copper. Zusammenschneiden, Plattkloppen, Vollgummin. Hast du jetzt schon so einen Algorithmus in dir drin? Genau. Iron, Barren, Redstone. So, damit müsstest du jetzt eigentlich hinhauen. Wir haben Iron. Heiko, nix wissen. Nix wissen, Heiko. Hui. Ah, Gold. Na, wenn das mal nicht extra war. Das ist ja schon heftig. Also ist das schon ein deutlicher Unterschied im Gegensatz zum Megaprojekt, ne? Wenn es jetzt im Grunde... Also wenn man jetzt, sag ich mal, ein Megaprojekt neu anlaufen lassen würde, wären die Rezepte da auch wahrscheinlich anders, ne? Ja, klar. Okay, da hatte ich verstanden. Peter hat's verstanden. So, und das geht übrigens, indem man die Maustaste gedrückt hält, die rechte. Kann man das, äh, die linke, kann man das hier so verteilen? Ne, warte, die rechte war's, so. Weil da werden wahrscheinlich wieder Fragen kommen, wie das funktioniert. Und deswegen dachte ich mir... Ist da nicht mal eine Review zu machen? Ja, könnte ich eigentlich mal machen, ne? Hä, wo ist denn jetzt hier der Fehler, Mann? Du bist der Fehler. Meinst du? Oh, Basic Machine Case brauche ich dafür und ich mache einfach einen Eisenblock. Okay, Mann. Immer erst lesen, Peter. Ja, sah halt aus wie so ein, so ein, ne? Sie sieht alles gleich aus. Auch Zinn und Diamanten. Ja, voll dumm. Auch Zinn und Zinn sieht gleich aus. Zinn und Zinn? Zinn together. Zinception. Zinception. Trichter gehen dir da auch, oder? Jawohl. Trichter. Dafür brauche ich noch ein bisschen Holz. Hast du das Spiel wieder auf Deutsch? Ne, Dirt. Gunpowder. Okay. Ich spiel immer auf Englisch, weil ich ein Englisch-Beu bin. Fast. Cool. Aber cool. Ach ja, habe ich ja schon gebaut, einen Trichter. Vollidiot, ey. Vollidiot. Vollfossen. Äh, dann habe ich mal Folgendes. Die Kabel war eben kaputt hier. Oh nein, es ist runtergefallen. Was ist das denn hier? Ah, sei Peter, endlich. Was hat er gesucht? Ja. Das war da hinten, oh, ein Mast drin. Na, vor zwei Folgen oder so. Hab ich das gesagt? Brauche ich mal ein Geep. So, wo kriege ich das denn her? Was ist denn los? Aber ich finde geil, dass da draufsteht, wie viel da jetzt schon drin ist. Wie, wie viel da drin ist? Ja, Badbox. Du musst ja nur angucken, dann siehst du das schon. Und auch die Öfen, die storen hier auch was. Guck mal, meine Turtle Bot da hinten. Siehst du? Guck. Ach, da hinten. Ja, ich sehe schon. Und das war so der Plan. Achso, ich sehe es auch auf der Karte. Ja, genau. Cool. So, kann ich jetzt oben einfach, warte, Mace. Ah ja, genau, hier kommen die Upgrades rein. Ich packe da jetzt einfach mal was rein und gucke, was passiert. Äh. Da, Copper Ore. Damit können wir das ja quasi verdoppeln. Copper Ore. Äh, lol. Was? Der Maceirator qualmt und macht so komische Geräusche. Als wenn da wirklich so eine... sich was drin dreht. Ja. Ja, wusste ich nicht. Das war in der alten Version, aber auch schon so, Peter. Ja, dann habe ich das nicht gehört. Wo waren denn jetzt hier die Dias? Das ist dann zumindest Semi-Automatik. Für die Full-Automatik bräuchte ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Wie gesagt, ein paar neue Trichter bauen und dann würde es klappen. Aber jetzt nicht. Ich habe mir nicht ziemlich sicher, dass hier irgendwo Dias waren. Warum? Hast du das von außen gesehen, oder was? Ja, und jetzt brauche ich mich hier hin und dann ist da nichts. Oh mein Gott. Ich mache nochmal eben ein Schild. Jetzt gehe ich nochmal in den Spot, wo ich sie gesehen habe. Da. Hab sie gefunden. Bauen uns gerade Jetpacks. Wo ist das geschrieben? Adriole geschrieben. Einen Team-Shirt? Loll, ist das schon auch ewig her, oder was? Bin ich gerade nicht gesehen, gerade. Verwirrst mich immer damit. Der Mantel gefunden hat Alkohol. Wir haben Nahrung und Maschinen. Hast du Diamanten? Ja, einen. Der Geil-O-Matico. Äh, äh. So, warte. Ich bräuchte eventuell noch eine Truhe. Ist kacke. Turtel fertig, Pater. Meines Items. Stimmt, kleines hat auch nicht. Da hat er ja recht. Turn. Left. Ist in der Nähe. So, dann würde ich sagen, ähm. Turn. Left. Move. Move. Okay. Oh, boah. Move. Move. Oh, boah. Man ist ja nicht immer gleichzeitig off. Ja. Schreibe ich das falsch? So schaut man das doch nicht. Ich denke schon. Wir haben jetzt die Folgenlänge schon erreicht. Okay. Und würde sagen, bis zum nächsten Part. Guckt auf der Map. Da seht ihr uns schon. Bis später. So gut, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt, was wir noch bauen sollen und ob wir halt so ein bisschen Teamplay machen sollen. Das ist, glaube ich, angebracht hier in so einem Projekt. Und an Johnston, bis im nächsten Part. Haut rein. Tschüss.